Lassen Sie Ihr X-Ray für sich arbeiten Das Fissure Scope X-Ray XDLM237 ist ein Röntgenfluoreszenz-Messgerät zur unkomplizierten und schnellen schichtigen Messung. Perfekt geeignet für Einfach- oder Mehrfachschichten, sowie die Legierungsanalyse. Durch den automatisch ausfahrenden Tisch lassen sich die Teile bequem und einfach auf dem Messtisch platzieren. Zur Feinpositionierung eignet sich die Steuerung per Mausklick. Einfach die Messposition im Videobild anklicken, schon fährt der Tisch zu der gewünschten Messposition. Die optimale Fokussierung auf das Bauteil geschieht ganz einfach über die Autofokusfunktion. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die gewünschte Messposition anzufahren. Über einen Joystick können auch weit über dem Tisch verteilte Messpunkte schnell erreicht werden. Wenn die Teile in einem Halter eingelegt werden, können wiederkehrende Messungen vollautomatisch durchgeführt werden. Einfach Messpunkte markieren und Tischprogramm starten. Den Rest erledigt das Gerät für Sie. Fischerscope XDLM 237 und XDL 240. Schnelle und präzise Messung auch bei großen Stückzahlen. Sparen Sie Ihre Zeit und lassen Sie das X-Ray für sich arbeiten. Musik Der Brötter Vielen Dank.